Hast du was mit deiner Partei zu tun? Nein, ich bin natürlich noch Mitglied der Partei und drücke natürlich auch nach wie vor bei Wahlen die Daumen. Aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Du wählst sie nicht mehr selbst. Ja, natürlich wähle ich sie auch. Aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Das heißt, ich habe eine andere Position. Ich will es mal so formulieren. In der Politik ist man ja auch häufig gezwungen, Dinge zu machen, die man an sich nicht gerne machen muss. Aber aus Solidarität, ja sicher, aus Solidarität. Sie wollen ja auch die Unterstützung der anderen. Das heißt, sie machen Kompromisse. Und ich will es etwas übertriebenes formulieren. Ich brauche nicht mehr für andere Leute zu lügen. Soweit bin ich freier. Wann hast du denn mal gelogen? Zwischen Lügen und Lügen gibt es natürlich auch Unterschiede. Oder nicht die Wahrheit gesagt. Ja, oder man hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Oder man hat also bestimmte Sachen gar nicht gesagt. Wenn man bestimmte Sachen plant, dann geht man natürlich nicht sofort an die Öffentlichkeit und sagt, ich will das und das machen, weil man dann sofort die Gegenreaktion auslöst. Oder man sagt, also man denkt überhaupt nicht daran. Trotzdem denkt man natürlich daran, ich will mal ein Beispiel nennen, das ist auch relativ bekannt. Wir haben nach der Wende den Flughafen in Leipzig ausgebaut. Zu DDR-Zeiten war es ein kleiner Flughafen südlich der Autobahn, der im Grunde genommen nur richtig lief, wenn Messe war. Wir haben dann gesagt, wir müssen einen großen Flughafen haben, auch hier für Sachsen, der auch international anbindungsfähig ist. Da braucht man natürlich Grundstücke. Da haben wir natürlich immer gesagt, wir wollen ihn nicht erweitern, um in Ruhe die Planung durchzuführen und dann auch die Grundstücke zu kaufen. Und beim Berliner Flughafen hat er es umgekehrt gemacht. Er hat erst geredet, da hat sich dann festgestellt, dass die Preise zu hoch waren. Da ist es zum Beispiel selbstverständlich und wird auch als moralisch gerechtfertigt angesehen, wenn ich da nicht sofort mit den ganzen Plänen rausrücke. Weil sie sofort Spekulationen haben und die wollen sie ja vermeiden. Ist das bei der Euro-Krise ähnlich, dass Schäuble und Merkel wissen, manche Dinge können sie nicht sagen? Das ist ja früher, wenn Krieg war, konnten wir auch nicht mal sagen, was an der Front passiert ist und so weiter, weil das hat ja auch Auswirkungen gehabt teilweise. Und jetzt haben wir quasi den Wirtschaftskrieg. Ist das ähnlich, dass man nicht immer die Wasserstandsmeldung oder nicht immer die Wahrheit sagen kann, wie die Lage gerade ist? Zwischen nicht die Wahrheit sagen und nicht alles sagen, oder ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich die Leute nun bewusst belüge oder einfach nicht sage. Aber es ist klar im Bereich von Währungen und der Spekulation, die dort stattfindet, dass jede Äußerung, die sie machen, Auswirkungen hat. Sofort auf den Märkten. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn sie etwas grundsätzlich verändern wollen, zum Beispiel bei der Euro-Krise, dann weiß jeder, dass man so etwas im Wesentlichen nur machen kann übers Wochenende. Wenn die Börsen zu sind. Wenn keiner die Möglichkeit hat, zu reagieren. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020